Hallo und willkommen bei Notfallmedizin. Hallo, ich bin Philipp, das ist Martin. Wir sind passionierte Notfallmediziner und machen Videos für medizinisches Fachpersonal. Und heute, da geht es um die Reanimation. Wir haben uns relativ lange um das Thema gewunden, weil es ziemlich komplex ist. Man kann darüber entweder stundenlang sprechen oder man behandelt nur die Basics. Egal, irgendwann muss man mal ran an die heißen Kartoffeln. Also geht's los. Okay, Martin, was haben wir heute vor? Geht es um einen Reanimationskurs? Genau, das können wir natürlich nicht bieten oder wollen wir auch nicht. Wir können jetzt nicht in ein paar Minuten Video mehrtägigen Reanimationskurs ersetzen. Das können Sie natürlich ohne Probleme buchen bei den verschiedensten Anbietern und ist auch dringend zu empfehlen, falls ihr das noch nicht getan habt. Heute wollen wir bzw. in folgenden Videos auf so ein paar spezielle Aspekte eingehen. Diesmal geht es um den Advanced Life Support, also die erweiterte Reanimation und die Punkte, die für uns dabei wichtig sind. Nicht alles, aber ein paar Kernpunkte. Ja, dann hör doch mal raus. Was sind denn so für dich die wichtigsten Punkte? Also der allerwichtigste Punkt, und das ist ja das, was wir den Laien eigentlich immer erzählen, aber was für uns auch wichtig ist, wenn wir unsicher sind, sollten wir reanimieren. Das Schlimmste ist eigentlich nichts zu tun. Ja, also wenn unsicher, Torx, Kompassion und los. Was noch total wichtig ist, ist Reanimation ist immer eine Teamaufgabe. Ja, das heißt, das ist jetzt nicht die heldenhafte Rettung, die ein einziger Mensch macht, sondern das ist immer Kommunikation dazu. Das ist so wichtig, dass wir dazu nochmal Extras machen werden. Gerade Youngsters oder Leute, die so neu im Geschäft sind, schrecken sich bei Reanimation häufig und haben das Gefühl, das sind eine Milliarde Sachen zu tun. In Wirklichkeit sind es aber nur drei Sachen, die wirklich, wirklich wichtig sind, die quasi immer laufen müssen. Und ich finde, auf das kann man sich gut reduzieren, wenn die Situation irgendwie chaotisch ist, die Umstände schwierig, das Team zusammengesetzt und so weiter und so fort. Nämlich die Torx-Kompassion muss laufen und zwar gescheit. Wir müssen frühzeitig defibrillieren beziehungsweise Defibrillation und die Beatmung muss funktionieren. Beatmung, aber nicht Intubation. Dazu später nochmal mehr. Und ja, ein Punkt noch. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in einer Peri-Arrest-Situation, das ist die schwierige Situation vor dem Kreislaufstillstand, also die wenigen Sekunden, vielleicht halbe Minute, wo man das Gefühl hat, jemand wird jetzt gleich reanimationspflichtig, dann nutzt die Zeit und bereitet euch auf die Reanimation vor. Holst das Equipment, macht Platz in der Wohnung, im Rettungswagen, fahrt in einen Schockraum, holt Verstärkung. Also optimiert die Bedingungen, dass, wenn die Reanimation dann da ist, dass das Ganze richtig läuft. Standardbeispiel, Patient ist in dem ultrakleinen Bad, dann einfach schnell aus dem Bad rausgehen, hat dich aber ganz viele wichtige Sachen vorbereitet. Ja, genau. Der Praxistipp. So, okay. Martin, jetzt ist da so ein Patient von uns, der ist wahrscheinlich reanimationspflichtig. Wie gehst du da vor? Also wie startest du so in die Situation rein? Also ich finde tatsächlich, das ist eine gute Frage und man sagt immer, ja, Reanimation beginnen. Ich finde oft die Entscheidung, tatsächlich jetzt zu beginnen, das ist oft gar nicht so einfach, eben weil Unsicherheit, vielleicht gibt es noch unsichere Lebenszeichen, irgendwie Schnappatmung, vielleicht so eine Art Myoklonien, krampfartige Entäußerungen oder so. Wichtig ist, dass man mal beginnt und dass man auch die Situation dem Team so kommuniziert. In Wirklichkeit, sobald einer zu drücken beginnt, geht es los. Aber manchmal muss halt wirklich einer das Kommando geben und sagen, so, wir fangen jetzt an zu drücken. Also wir müssen anfangen, ja. Und danach so der erste, für mich, das ist so diese Chaosphase irgendwie, wo alles mal kurz geordnet werden muss. Und die Phase hört dann auf, wenn wir den ersten Rhythmuscheck haben. Das heißt, wir fangen an zu drücken und schauen, dass wir möglichst schnell den Defi draufkriegen und dass irgendjemand mit Maskenbeutel beatmet in den Algorithmen, die wir hier alle eingeimpft bekommen. Okay, also Reanimationssituation erkennen und dann anfangen zu drücken, gleichzeitig Defi vorbereiten. Wie machst du das? Machst du die alten Gel-Patches noch? Weil ich meine, das sieht, muss man sagen, ziemlich cool aus. Es sieht ziemlich cool aus, aber Schande, Schande, sie sind fast nicht mehr verfügbar und sind auch nicht mehr empfohlen. Das heißt, Kabel-Patches drauf, da haben die Leitlinien gerade noch mal die Positionierung noch mal extra betont. Also quasi wirklich schön lateral, quasi am Ende der Achselhöhle, am unteren Teil, nicht so am vorderen Rippenrand, dass das Herz möglichst dazwischen den Patches ist und nicht nur so eine Hautbrücke. Und wenn wir dann den Defi drauf haben, dann beginnt quasi die Phase des Algorithmus der Reanimation. Das heißt, wir entscheiden, ist es ein defibrillierbarer oder nicht defibrillierbarer Rhythmus. Und das entscheidet unser Management ziemlich massiv, muss man sagen. Genau. Soll ich dir mal etwas erzählen? Erzähl mal ein bisschen was. Okay. Also, defibrillierbarer Rhythmus heißt Strom. Ist insgesamt im Outcome besser. Das heißt, es freut uns immer, wenn wir eine Kammerflimmern oder eine VT zum Beispiel sehen. Wir müssen frühestmöglich defibrillieren. Bei den Energiewahlen ist die Szene so ein bisschen chaotisch. Erstens gibt es unterschiedliche Empfehlungen der zwei großen Gesellschaften, den amerikanischen und den europäischen Leitlinien. Und auch die Hersteller haben entweder umgerechnete oder nicht umgerechnete Angaben. Grundsätzlich kann man sagen, dass man mit der höchsten Stufe wahrscheinlich nicht falsch liegt. Und sonst gibt es eskalative Stufen, die müsst ihr für eure jeweiligen Geräte und Einstellungen kennen. Und dann außer Strom gibt es zwei Medikamente, die wir geben. Beziehungsweise das besondere Medikament ist in dem Fall das Amiodoron. Nach dem dritten nicht erfolgreichen Schock gibt es 300 Milligramm. Nach dem fünften nicht erfolgreichen Schock gibt es nochmal 150. In den neuen Leitlinien ist gleichwertig Lidocain. Beim ersten 100 Milligramm, beim zweiten 50 Milligramm. Eins von beiden, je nachdem, was im System verfügbar ist. Und Adrenalin wird quasi da additiv gegeben, hat aber nicht diesen Stellenwert wie das Amiodoron. Okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man in den defibrillieren Kreislaufstillstand einsteigt und schockt. Was mache ich denn, wenn da jetzt eine PEA oder eine Arsistoli ist? Du meinst also nicht defibrillierbarer Rhythmus quasi. Genau. Da ist der Fokus natürlich nicht auf Strom. Also anders wie bei diversen Fernsehserien können wir eine Arsistoli und eine PEA nicht defibrillieren. Das bringt auch nichts, sondern da müssen wir frühzeitig Adrenalin geben. Ein Milligramm. Alle zwei Zyklen, also alle vier Minuten. Und da ist auch der IV-Zugang oder der Zugang beim Patienten nochmal eine höhere zeitliche Dringlichkeit. Okay. Jetzt haben wir über defibrillierbar und nicht defibrillierbar gesprochen. Jetzt haben wir aber noch nicht darüber gesprochen, wie man Luft in den Patienten hineinbekommt. Tatsächlich auch ein Thema, über das man wahrscheinlich Kongress nächtelang diskutieren kann. Grundsätzlich ist es so. Die Evidenz schwankt immer zwischen Airway-Management mit superglottischen Atemwegen, Intubation, Maskenbeutel bei Atem und so weiter und so fort. Was ich glaube, man zum aktuellen Zeitpunkt ganz gut sagen kann, was auch unsere Meinung ist, dass die Intubation bei fast allen Kreislaufstilständen niemanden rettet, sondern vielleicht sogar eher eine Gefahr ist, weil sie sehr viel Zeit kostet, Ressourcen nicht nur des Intubateurs, sondern des Teams kostet und weil sehr viele Leute für diese schwierigen Intubationsszenarien, nämlich schlechte Lagerung, schlechte Bedingungen, wahrscheinlich nicht ausreichend Erfahrung haben. Intubation rettet ganz selten. Vielleicht beim Polisgeschehen oder beim hypoxischen Stillstand gibt es Situationen, aber bei der normalen Renubation kaum. Heißt, was wir vorschlagen würden oder was auch durch die Leitlinien so grob empfohlen ist, ist zuerst eine Maskenbeutelbeatmung und sobald die Ressourcen dafür da sind oder vielleicht sind die Abläufe da schon so gestreamlined, dass man möglichst schnell auf einen superglottischen Atemweg wechselt, zum Beispiel eine Larynxmaske, eine Igelmaske oder so oder ein Larynx-Tubus, wobei der Larynx-Tubus zunehmend kritisch hinterfragt wird. Bei den Kindern ist der Larynx-Tubus komplett raus. Okay, das heißt Intubation ist zwar der Goldstandard, aber nicht alles geht um die Intubation. Wenn ich intubiere, dann muss ich mich darauf vorbereiten, dass ein schwieriger Atemweg wird. Das heißt dann auch primär Videolaryngoskopie und natürlich gucken, dass die Pausen bei der Thorax-Kompression möglichst minimiert werden. Das heißt vorher schon einstellen, minimale Pause oder vielleicht beim Rhythmus-Check parallel und dann intubieren. Aber ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, das haben wir beide ja schon erlebt, dass man in eine Reanimationssituation kommt, vielleicht von einem nicht ganz so erfahrenen Team und gerade geht alles darum, dass irgendwie da intubiert wird und man hat eine ewig lange Pause, damit irgendwie da der Tubus reinkommt. Das ist einfach Quatsch. Genau. Deshalb immer wieder an diese Basics denken, die Thorax-Kompressionen müssen laufen. Das ist wichtig und nicht, dass da irgendwo ein Tubus ist oder vielleicht der eigene Ehrgeiz. Was noch wichtiger ist, ist die Kapnographie. Die kann man nutzen in allen Situationen. Die kann man bei einer dichten Masken-Beutel-Beatmung nutzen. Die kann man nutzen mit den superglottischen Atemwegen. Die kann man und muss man auch bei der Intubation nutzen. Also in allen Situationen ist das empfohlen und kann auch in manchen Situationen echt ein guter Hinweis sein für Prognose oder für einen bald kommenden Rost. Klare Worte dazu. Jetzt kriegt man da Luft rein und raus. Aber wie mache ich das? Es gibt ja viele verschiedene Varianten. Von der Mund-zu-Mund-Beatmung bis hin zur Hightech-Beatmung mit einem Intensiv-Beatmungs-Gerät. Auch da, Philipp, wie zu erwarten gibt es auch unterschiedliche Einstellungen. Ganz persönlich bin ich ein Fan von maschineller Beatmung. Wenn der Atemweg gut liegt, also wenn es ein guter superglottischer Atemweg ist oder die Patientin endotracheal intubiert ist. Da muss man wissen, wenn man Leute maschinell beatmet, muss man erstens die eigene Maschine wirklich gut kennen und man muss auch auf die Alarme achten. Gerade in der Reanimation blendet man ja viel von dem Gebiebsel aus, weil man weiß, dass viele Alarme jetzt nicht relevant sind. Aber es wäre eine absolute Katastrophe, wenn man nach 15 Minuten Beatmung draufkommt, dass der Spitzendruck ab der Mitte abbricht, dass kein adäquates Atemzugsvolumen passiert oder dass die Maschine vielleicht nicht an Sauerstoff angeschlossen ist und nur mit 21 Prozent Sauerstoff, also Umgebungsluft, beatmet. Das wäre eine absolute Katastrophe. Also man muss die Maschine kennen und auch darauf achten. Die andere Variante wäre, die auch oft propagiert wird, dass man tatsächlich mit Masken, also mit dem Beutel beatmet. Hat sicher den Vorteil, dass man ein bisschen einfach manuelles Gespür kriegt. Wie weit geht da was rein? Wie reagiert die Lunge? Das Risiko, dass ich das sehe, ist auch, dass bei erfahrenen Teams oder erfahrenen Teamleadern oder Beatmären eine Reanimation trotzdem so stressig ist, dass man unwillkürlich hyperventiliert. Und das ist für die Patienten auch nicht gut. Und wenn man so einen Beatmungsbeutel richtig ausdrückt, dann gehen auch einige hundert Milliliter mehr rein, als man möchte. Okay. Und ich glaube, einfach um das Thema noch ganz kurz mit einem Kommentar ab, Sie frühstücken. Durchgehende Beatmung bei der Superklotschen, beim Superklotschen Atemweg ist möglich, aber nur dann, wenn es auch wirklich gut geht. Wenn man merkt, es pfeift überall raus, dann macht man einfach 30 zu 2. Dann macht man 30 zu 2. Das gilt speziell für die Sondersituation der mechanischen Kompression. Aber dazu reden wir später nochmal im Detail. Okay. Jetzt hatten wir einiges zum Atemweg, zur Beatmung, zu defibrillierbar, nicht defibrillierbar. Aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie die Medikamente überhaupt in den Patienten hineinkommen. Genau. Das Gute ist, ich komme ja aus Zeiten, wo man noch sechs Ampullen und Atropin irgendwie sich irgendwie aufstellen musste und einzeln mit wackeligen Fingern aufgezogen hat. In den Tuos hinein. Ja, genau. Das war ja auch noch damals in den Leitlinien, das stimmt. Wobei, glaube ich, Atropin. Naja. Jedenfalls, da waren ja spannende Konzepte. Und wir haben mittlerweile die gute Situation, dass wir erstens weniger Medikamente haben und auch nochmal Unterstützung bei den verschiedenen Zugangswegen. Eine Zeitlang ist propagiert worden, dass der intro-serie Zugang das Beste ist. Das wird jetzt zunehmend wieder diskutiert. Die aktuelle Meinung ist, IV-Zugang hat ein bisschen besseres Outcome. Das heißt, man würde versuchen, primär einen IV-Zugang zu legen. Das ist bei vielen Reanimationen gar nicht so schlimm schwierig. Einzelsituationen, wie gesagt, gibt es immer auch Katastrophen. Aber Jugularis externer zum Beispiel oder auch ganz normale peripher-venöse Zugänge bei jetzt nicht massiv adipösen Leuten oder Leuten, die nur kurz liegen, da hat man häufig eine gute Chance. Wenn das also klappt, unbedingt machen. Wenn das nicht klappt oder man irgendwie merkt, sagt man, man muss da jetzt minutenlang suchen oder der Habitus ist so klar, dass man da keine Chance hat auf einen gescheiten peripheren Zugang. Und ich rede jetzt nicht vom blauen am Finger, der eh nicht gescheit läuft, sondern einer, der halbwegs gut läuft. Dann einfach intro-serie Zugang. Und beim intro-serie Zugang sagt man zumindest aktuell eher humorous als Tibia. Macht auch von der Position, wenn ich da im Kopf sitze und kann ich gleich da in den Umrisskopf bohren eigentlich auch sehen. Aber es geht um die Basics, die wir am Anfang gesagt haben. Also Toraxkompression, frühzeitige Defibrillation und Beatmung. Und wenn ihr das komplette Team durcheinanderbringt, weil ihr jetzt sagt, jetzt brauchen wir aber einen guten IV-Zugang und deswegen laufen die Basics nicht. Das geben die Daten auf gar keinen Fall her. Aber es geben auch nicht mehr her, dass man sofort einfach stumpf reinbohrt, ohne zumindest einmal zu gucken. Genau, oder? Genau, absolut. Und was mir immer geholfen hat, gerade am Anfang, als ich angefangen habe, in die Situation zu kommen, dass ich Reformationen irgendwie leiten oder mitleiten muss, ist, ich brauche für mich immer so einen groben Ablauf. Und da finde ich das Reanimationsschema mit diesen Schenkeln ganz okay. Aber es reicht mir nicht, diese Phasen irgendwie zu strukturieren. Ich habe so für mich quasi, wir haben ja irgendwie am Anfang gesagt, es gibt so diese Chaosphase. Dann gibt es die Phase, die endet mit dem ersten Rhythmus-Check. Das heißt, am Anfang müssen wir nur schauen, es wird gedrückt. Und irgendjemand beatmet, der Defi kommt drauf, erste Phase beendet. Wir entscheiden, in welchen Rhythmus gehen wir. Dann wird entweder geblitzt oder nicht geblitzt. Und dann sind eigentlich noch zwei Sachen zu tun. Das heißt, wir brauchen einmal einen Zugang und wir brauchen einmal eine Atemweg-Sicherung. Aber so in meinem mentalen Modell läuft das einfach strukturiert ab. In jedem dieser Zyklen, wo halt gedrückt wird, in diesen zwei Minuten versuche ich möglichst viel zu erledigen. Je nachdem, wie gut das Team ist, wie gut auch meine Performance ist, wie gut die Umgebung ist, kann man da ein oder zwei von diesen To-dos erledigen. Und dann kommt man schon an einen spannenden Punkt, dass wir quasi so diesen Advanced Life Support, diesen Algorithmus einmal so durch haben, die ganzen Sachen einmal so schnell erledigt haben. Und dann geht es schon in Richtung der reversiblen Ursachen. Und dann wird es interessant, oder? Und dann wird es sehr interessant. Aber Martin, ich würde sagen, die reversiblen Ursachen sind ein riesengroßes Thema und die Leute sollen ja auch am Ball bleiben. Das heißt, beim nächsten Video wird was zu den reversiblen Ursachen gesagt und jetzt so ein bisschen was in der Klinik passiert, vielleicht so zum Thema Ultraschall, Arterie und so weiter. Dann sagen wir mal Reanimation, the next steps. Und wir sind jetzt total gespannt darauf, wie euch das Video gefallen hat. Es ist ja doch ein Thema, was man leidenschaftlich diskutieren kann, was die Notfallmedizin irgendwie grundlegend interessiert. Von daher bitte gerne Feedback. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.